Was ist mit dir? Na ja, das muss man jetzt auch mit dir. Na na, komm jetzt. Soll ich dich aufdrehen? Ja, jetzt komm. So, sind wir soweit? Ja, jetzt schauen wir, was er macht. Wir sind mal kurz vor nur, jetzt ist noch Alaska dran. Da gibt es immer wieder was anderes. Das ist auch nicht viel aus. Das war entweder du, aber du musst du nicht mehr machen. Jetzt haben wir eine geile Stimmung. Und Anton haben wir auch. C6 in 3-Tune. Das ist schon so was Fruchtartiges. So, wie schaut es denn jetzt aus? Spielst du mal was? Wir werden sehen, ob es was ankommt. Was ist das? Äh, Dora. 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 Jetzt hab ich ungefähr gut gefühlt. Gefühlt die hundertmal die Tonadoks. Dora. Sag mal so gut nach Alper, oder was? Das schätze ich so an Noah. Der fragt nie noch den Tonad, gell? Der braucht sein Pfeifchen. Dampft. Noah. Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann wieder zum Maschinen. Sag mal was. Also, eine Nummer von Mr. Elmore James. Oh yeah. Yeah. Talk to my baby on the telephone. Oh. Telefon. Willkommen. Oh, willkommen. Something hot, baby. Talk to my baby on the telephone. Stop what you're doin' there. Come on, my home. If I can hold on, I can't hold on to the line, I got to dream, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017